so halli hallo leute und willkommen zurück zu pokémon training card game online wir spielen hier gerade gegen einen anderen spieler in dem turnier was heißt das hier eigentlich habe ich gerade verbindungsprobleme das hatte ich vorhin schon gegen bots wir spielen in dem turnier ich habe noch nie ein turnier gespielt wir spielen allerdings mit unserem trussler deck in der hoffnung diesmal trussler relativ schnell fertig zu bekommen leider kein kelia oder sowas auf der hand mal gucken was er also ich sehe es ja hier schon im metacross hat er anscheinend so es stand irgendwas von drei runden da wie gesagt ich habe keine ahnung was das zu bedeuten hat wir ziehen jetzt mal drei karten flucht seil und superball so schlecht aus dann mache ich mal eben hier das hier ich behalte mal ein stück weil ich nicht weiß was er für karten auf der hand hat die kann ich halt auch in der nächsten runde gleich einsetzen diese runde kann ich mein dings ja eh nicht entwickeln kapador das könnte gefährlich werden levelball da darf er sich jetzt ein pokémon mit maximal 90 ap raussuchen soweit ich weiß daher er geht jetzt wahrscheinlich wirklich auf seinen metacross ist aber auch die stufe 3 entwicklung also eine phase 2 entwicklung dauert also ein bisschen dieses vieh aufzubauen hat aber eine psychoresistenz das ist kacke er kann sich ausrüstungskarten suchen das ist auch blöd und er sucht jetzt gerade auch ausrüstungskarten raus alle jedes mal bei einem pokémon an dem diese angelegt ist wenn keine ahnung den wollte ich nicht haben den kann ich aber auf die bank legen ich probiere es jetzt erstmal hier mit drei karten ziehen dann haben wir noch ein superball raus dann muss ein kelia spielen das kelia mal eben ich werde eine energie an den anlegen werde jetzt hiermit schon mal angreifen damit ich schon mal so ein bisschen schaden raus bekomme ich muss irgendwie an das tunnel glaube ich kommen und zwar am besten so schnell wie möglich man hat auch deutlich weniger zeit wie gesagt wir spielen gerade ein turnier dafür habe ich jetzt gerade vier turniertickets ausgegeben wir spielen ein turnier mit nur themendecks weil das momentan das einzige ist was ich spielen kann wo ich die chance habe und am ende dieses turniers bekommt man halt irgendeine belohnung wie booster packs einer dieser tru und diese truern kann man soweit ich weiß auch bekommen ok damit fügst du dir aber selbst schaden zu ok jedes mal wenn er energie an ein pokémon legt kriegt er halt hp wieder dazu so die sache ist ich könnte erstmal mein deck ausdünn das fiat 90 hp so und dann zwinge ich einfach mal zu einem wechsel ich will dass dieses vieh da nicht mehr drin ist er holt carpador raus wir holen dieses vieh raus und da ich diese runde jetzt nichts mehr machen kann werden wir mal zu ich muss eigentlich auch mein kelia weiter aufbauen es braucht noch drei also noch zwei weitere energie mindestens aber braucht jetzt vier ne drei meine ich ne jetzt kann das platzscher fehlgeschlagen so milltang ist auch sehr gut wir werden jetzt auf jeden fall noch eine energie auf ihn platz ziehen damit ich mit ihm auch angreifen kann leider nicht paralysiert tarnel bekommt eine energie von ihm damit keine ramme ja schon fehlgeschlagen er muss zwei münzen werfen ist davon einer eine zahl schlägt es fehl bei ihm da in angriff ähm die bekommt kelia und wir greifen an unser münzwurf ist egal ok das ist sehr gut wenn wir damit den kopf gleich werfen können so er baut seinen tarn im hintergrund weiter auf du 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 ja das fiat auch 90 kp das finde ich gut das kann er nur machen wenn ich mehr preis äh wenn er mehr preiskarten hat als ich dann darf er nochmal neu ziehen und ich anscheinend auch was ich aber gut finde auch wenn ich weniger neu ziehen darf leider nur damit hat er schon seine erste entwicklung ouch 10 schaden selbst so damit bin ich kriege ich jetzt vielleicht mein dings ne leider nicht dann gibt mir das Vieh ist egal was ich nehme ich hab nur Müll da drin grad so dann entwickle ich den ich mache jetzt noch eine energie an ihn damit er halt den stärkeren angriff hat ich hätte doch mit fester biss angreifen sollen hätte mehr gebracht es tötet sich selbst was hat bilder patrolen hebe ok das Vieh kann noch nicht so viel kommt jetzt auch raus äh das ist ein riesen problem für mich es hat 90 es hat 90 haue ich schaden raus oder versuche ich zu ich versuche es zu paralysieren komm komm bitte glück ja es kann die nächste runde jetzt nichts machen also diese jetzige also diese jetzige ja außer er entwickelt es natürlich WTF komm mehr glück bitte ja damit wird er jetzt wahrscheinlich durchs fiepen wir holen erst ihn der wird nicht lange überleben davon gehe ich übrigens auch nicht aus dass er lange überlebt aber ich kann zumindest einmal seinen angriff machen in der hoffnung energie aus meinem deck zu kriegen ein geiler gladi ist gepreist anscheinend oder habe ich nur zwei drin ich weiß es gerade gar nicht an Mülltang bitte an Mülltang bitte an Mülltang bitte nochmal an Mülltang an Mülltang an Mülltang Resistenz kotzt mich halt von hinten an du kannst dieses zu pucken ja hätte ich relativ viel preise ziehen können da remained jetzt leider immer opfer pokémon rein schicken muss in der hoffnung mal was gutes zu ziehen Ich kann nichts machen. Wow, er kann das Pokémon austauschen, sodass ich auch austauschen muss. Wie mies ist das denn? Und er kann 160 Schadenspunkte damit machen, wenn er alle Energie ablegt. Hat er jetzt in Aquana hinten liegen? Ach, er baut wieder einen Tunnel da hinten auf. Ja, ich bin auch auf mal die dritte Entwicklung angewiesen, nur leider bekomme ich sie nicht. Das Problem ist, selbst wenn ich sie bekommen würde, würde sie mich wahrscheinlich nicht retten. Es ist doch so unnötig, ne? Es ist doch so unnötig. Ich kriege sie einfach wieder nicht, ey. Es regt echt auf, wenn man diese Karte einfach nicht bekommt. Man weiß ganz genau, man braucht eine verfickte Karte nur noch, aber man bekommt sie nicht. Ich habe 26 Karten im Deck. Zwei davon sind doch mindestens noch Galagladi. Und ein paar davon damit kann ich Galagladi auch noch raussuchen. Ein Fluchtsteil wäre auch gut. Dann könnte ich sein Ding da schon mal weghauen erstmal. Also irgendein anderes. Und darum steht nicht ja doch auch noch einer in der Preiskarten. Ja, damit hat er jetzt nur noch zwei Preiskarten. Also ich muss so langsam was machen, leider. Es ist doch echt verarscht, oder? Ja, ich habe kein Phase 2 Monster liegen. Das heißt, ich kann leider nicht mit dem Angriff angreifen. Er macht 80 Schaden, ne? Ja, zwei Angriff erreichen leider. Um meinen Mülltank zu töten. Selbst wenn ich es heile mit einem Trank. Und ich kriege das Vieh leider nicht kaputt. Ach, er tauscht. Ja, da muss ich Zeit schinden. Wow, 70 Schaden. Ernsthaft? Ich ziehe eine Kirlia. Zweimal Trassler, zweimal Kirlia gezogen. Ich lade sie nicht schaden. Damit haben wir verloren. Denn es ist egal, was ich jetzt mache. Ich habe damit verloren, ja. Weil ich leider nicht das Ziel, was er ziehen muss. Er kann es natürlich wieder entwickeln. Das heißt, er hat ja schon zwei von diesen Kackdingern draußen. Kann er es doch mal heilen. Damit one-hittet er meinen Galagladi sowieso. Ah, okay. Er tauscht, damit er jetzt das Vieh one-hitten kann. Achso, ich muss auch tauschen. Stimmt, ja. Ist egal, was ich reinhole. Nichts senkt das Vieh. Ja. Das war die erste Runde. Lief echt super. Wie sieht es jetzt aus mit den nächsten Runden? Ah, okay. Ich bin also im Endeffekt jetzt schon raus. Hier sieht man jetzt halt den Turnierbaum. Ja, wenn man halt das Ding nicht zieht. Ne, worauf man sein Deck aufgebaut hat, ist halt scheiße. Das Turnier dauert also jetzt noch maximal eine Stunde. Jetzt müssen die gegeneinander fighten und dann natürlich noch die beiden Endkandidaten. Ich kann ja mal zeigen, was man dafür bekommen könnte. Ich bin Platz 5 bis 8. Das heißt, ich kriege eine Raritätsdrohe. Das heißt, die Leute, die jetzt spielen, kriegen ein zufälliges Booster-Paket. Dann die beiden im Finale. Da kriegt entweder der Gewinner ein zufälligen Booster und zwei Booster aus der Schicksalsschmiede. Und das zweite Platz kriegt ein Booster aus der Schicksalsschmiede und ein zufälliges Booster. Kann ich jetzt... Konnte ich das jetzt einfach so verlassen? Ich weiß es nicht. Weil wenn ja, mache ich noch ein schnelles Versus-Match für euch. Denn ihr seht, ich habe hier auch noch nicht weiter gespielt. Wir spielen immer noch mit dem gleichen Deck. Ich müsste mir die jetzt mal anschauen, was da überhaupt großartig drin ist. Weil ich meine, das habe ich doch früher gespielt, oder? Dieses Deck hier. Ich weiß aber, dass Pokémon-Finger genervt wurde, sag ich mal. Dieses Pokémon hält für... Aha. Eigentlich auch nicht schlecht, ne? Eigentlich auch nicht schlecht, das Deck hier. Da würde ich gerne vorher nochmal ein, zwei Spiele mitmachen und dann gucken wir uns das mal an. Wer spielt mit dem Kangama-Deck? Habe ich ja auch. Ich habe die Minitur verloren. Das würde mich dann halt auch mal interessieren, so langsam eins die anderen Decks. Mal gucken, worauf das passiert. Das habe ich ja auch. Da bin ich ja mal gespannt. Wow. Please. Könnte sein, dass ich ziemlich schnell verliere. Ich habe sowieso genug Energien. Ich habe ja noch zweimal durch den Brief des Professors kann ich mir noch zwei Energien holen. Ach, er macht direkt ein Duplex-Zieb, wollte ich schon sagen. Nein, ein Knoddelluff aus einem Pokémon. Gucken wir, ob wir nochmal drei Karten ziehen dürfen. Ne, leider nicht. Wir entwickeln hier einmal. Wir düngen unser Deck aus. Ja, und wir werden Militärm aufbauen. Yay, 20 Schaden. Okay, er holt noch mehr Energiekarten. Leider habe ich nichts um deine Handkarten zu vernichten. Um es mal so zu sagen. So. Ja, komm. Warum nicht? Tankst du da vorne wenigstens noch mal ein bisschen mehr. Und du machst jetzt auch übrigens mehr Schaden. Ja, guck, jetzt tankst du nicht mehr mehr. So. Ja, doch, wir können auch direkt mit. Unserer Kuh raus. Und damit das Knoddelluff finischen. Das ist super. Genau das brauchte ich. Familienruf ist dafür sich eine Basiskarte aus dem Deck suchen. Ich muss jetzt nur aufpassen. Galakladi. Dass die Kuh nicht verreckt. Die muss ich also nachher noch rechtzeitig rausziehen. So, jetzt greifen wir damit an. Damit machen wir mehr Schaden. Weil wir jetzt in Phase zwei Monster draußen haben. was Kanon beherrscht oder wie. Ich wollte gerade sagen, das könnte sonst echt gefährlich werden noch. Der braucht aber auch viel Energie. Die hat er nur, glaube ich, auch. Das nächste Galakladi. Leider fehlt mir wieder der Rest davon. So. Ich will das kann Gamma gerade nicht töten. Sonst hötet er das und ich brauche die Energien, die dran sind. Ich brauche eine Energie. Okay, jetzt hötet er es eh. Das hat leider nicht passieren dürfen. 20 40 60 80 100 Ich mache nur 100 Schaden. Dann opfere ich das Vieh jetzt einfach. Das kann sterben von mir aus. Er holt sich mehr Basis-Pokémon. Wie die immer so komisch in Angriffspositionen gehen, dabei sucht er sich jetzt gerade nur eine Karte aus dem Deck. Das sieht schon weird aus. Okay, zwei Erblings, zwei neue ziehen. Das sah jetzt eigentlich eher so aus, als hätte er sie draufgelegt und dann direkt wieder rausgezogen. Ja, jetzt brauche ich nur noch einen Trassler. Komisch. Jetzt fehlt mir mal das andere Vieh. Irgendwie fehlt mir immer eins dieser Schatz-Evolutions-Kette. Jo. Hup, 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 hup. Er traut sich mal mit seinen Kackvieh anzugreifen. Ich bin aber immer noch nicht so weit. 20, 40, 60, 80. Ich mache 120 Schaden nur. Ich brauche noch eine Energie. Okay, kein Schaden. Boah, das ist echt mega Pech. Es kann nicht euer Ernst sein, ne? Ich brauche eine Energie. Okay. Okay. mein Beileid. 8 Münzen-Würfel hintereinander, nur Zahl. Ey. Aber ich kann auch nichts machen. Ja, das reicht, um ihn zu töten. Tja. Dann schicke ich ihn jetzt rein. Rein. Zwei Basis-Pokémons suchen und dann den Stack tun. Äh, in die Hand, auf meine Hand tun. So. Dann spielen wir auch beide. Warum kriege ich da eigentlich diesen Pfeil? Weil ich einen Phase-II-Pokémon draußen habe, oder? Wow. Dafür hat er aber jetzt umso mehr Glück, ey. Ich wiederum ziehe immer noch keine Energie. Ich brauche eine Energie, um seinen Kack wieder zu töten. Sonst tötet er ist mein Galagladi. Ist mein Problem. Wovon nein, ich kann ihn ja zum Auswechseln zwingen. Das Problem ist gerade nur dies. Das Problem ist gerade nur dies. jedes Pokémon vom Typ normal hat er 20 Kp mehr. Damit kann er schon mal nicht one-hit'n. Okay. So. Ich kann eine Energie an Kielia. Er muss zuerst wechseln, ne? Ja, macht er. Ja, Was Problem ist, er wird jetzt sterben und damit werde ich wieder zwei Energie verlieren. Das war nicht ganz so gut. Ich muss ja jetzt das Fief nach vorne holen, leider. So, ich kann aber ihm das Amulett geben und ihn zum Wechsel zwingen. Wechselt er jetzt das hier rein und macht schonmal Schaden wahrscheinlich, oder? Ah ne, Kangama, um mit Kangama schonmal Schaden zu machen. Na, Kangama tauscht einfach um. Ja, 180 mit gesunkenen Schaden. Ja, damit hätten wir das Mischteid auch verloren, Leute. Ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.